Hey Leute, ich bin's, euer EpicSan und heute schaue ich mal, ob ich ein Bro oder ein Noob in Minecraft bin. So, welcome to... Are you a Noob or a Bro? Okay Leute, wir werden jetzt einfach mal schauen, den Schimpel haben wir ja schon geschafft. Question 1. What is the best thing in Minecraft? If you glitch, you're a Noob. Man kann nämlich, ich habe das Level schon kurz gespielt oder angetestet, man kann nämlich hier oben drauf dann komplett hier an der Seite langlaufen. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Jetzt wurde, warte, jetzt wurde gefragt, what's the best thing in Minecraft, wurde da gefragt. PvP oder Stuff. Ich würde sagen, PvP Leute, ich bin ja auch der Beste in PvP und das ist das Beste. Ja, ich bin zu 50% am Bro und jetzt könnte man hier abkürzen und einfach durchlaufen, aber das machen wir selbstverständlich nicht, Leute. So, question 2. What's the most rarest ore to get? Also, was ist halt das seltenste, das seltenste Erd, was man bekommen kann in Minecraft? Ein toter Busch oder ein Diamond oder Emeralds? Ich würde mal sagen, die Diamonds. Ja, ich bin jetzt zu 75% ein Bro und zu 10% nur ein Noob. Oh, 10% ist ja schon mal nicht schlecht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was da oben stand. Frage 3. Ähm, Erde oder Diamonds? Okay, Leute, warum Erde oder Diamonds? Wir nehmen mal Diamonds. Oh. Oh Gott, was kommt da? Okay, hier ist, oh, hier ist gute Ausrüstung drin. Okay. Diamonds ist schon mal gut. Gut, wir rüsten uns mal komplett aus, nehmen die Axt und gucken mal. Oh, oh, oh. Wir müssen hier gegen Zombies kämpfen. Und hier durch. Parcours Nummer 2. Wir spielen hier auch in der 1-9. Oh, die schieben sich hier schon... Alter, was sind das denn für ein Noobis? Kommt. Ich töte euch alle. Aber guck mal, die gehen hier schon selbstständig durch. Muss gar nichts machen. Ja, ist ja easy. Ist doch kein Problem für mich. Als Profi hier. Zack, holen wir die einfach alle weg. Kommt her. Zack, du auch. Du auch. Ach, Leute, das ist doch gar kein Problem. Und den kleinen hier auch noch. Wow, das war easy. So, jetzt geht es hier weiter. Oh, warte mal. Zack. Und da ist schon das Ziel. If we get 10 Likes... Ja, ja, komm. Zack, da haben wir es geschafft. Level clear. Ich würde sagen, ich bin schon ein richtiger Bro, Leute. Ich bin schon ein richtiger Bro in Minecraft. Das kann man schon sagen. Okay, Leute. Wir müssen da hinten das Ziel erreichen. Das hier ist ein Team T-Run, aber irgendwie... Wow, da fällt T-Run. Das ist ja... Wie einfach ist das denn? Das ist ja... Oh Gott. Okay, vielleicht sollte ich niemals eine Platte berühren. Habe ich gerade eine Platte berührt da hinten? Nö, nö. Nö, ist alles gut. So, zack, zack. Mal zum Joke hier drüber laufen. Ach, Leute. Das war ja viel zu easy. Explodiert es noch? Ja. Leute, das war ja... Ach, du Kacke. Alter, wie das hier ausrastet. Aber es war viel zu leicht. Okay, Leute. Ich habe keine Ahnung, was uns in diesem Level hier erwartet. Aber ich höre nur irgendwas. Hier ist auch... Was ist denn hier noch drin? Oh, hier. Hier sind die Leute. Ich nehme aber gerade mehrere mit. Ich weiß ja nicht, was hier noch passiert. Alter. Okay, wir setzen uns rein. Wir fahren nach hinten. Warum fahren wir denn nach hinten? Verdammt. So, jetzt aber. Hä? Ach, das hätten wir bekommen sollen. Okay, das ziehen wir mal ganz kurz an. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen verspätet mit dem Lusfaden. Und wir fahren jetzt einfach. Wow. War es das ernsthaft? Fahren wir jetzt ernsthaft einfach dahin? Ist das jetzt gerade euer Ernst? Ich glaube schon. Ja. Wow. Okay, Leute. Jetzt spielen wir Small Parkour Room. Soweit ich das richtig gelesen habe. Guck mal. Small Parkour Room. Hört sich auf jeden Fall schon mal cool an. Ist auch gut bewertet. Bin mal gespannt, was hier auf uns zukommt. Oh Gott, ich kriege den Jump da nicht hin, Alter. Ich muss hier sprinten. Na, komm. Zack, zack. Aber das ist echt... Och, Mann. Was ist denn hier immer los? So, was gibt es hier? Checkpoint? Äh. Ah, jetzt aber. Ah, cool. Ach, das ist cool. Sogar mit Checkpoints. Es gibt anscheinend keine Druckplatten oder so, die Checkpoints sind. Das muss man noch so manuell machen, sage ich mal. Och, Mann, der... Oh. Jetzt müssen wir wieder komplett hier hochschwimmen. Okay, weiter geht's. Jetzt hier schön drüber sprinten. Ah, das klappt auch gut. Und hier hin. Sehr gut. So, mal sehen, was uns hier oben erwartet. Thanks for playing. Das war's schon. Das war's echt. Und das ist so gut bewertet. Ich dachte, da kommt jetzt echt was auf uns zu. Aber das war tatsächlich nur diese kleine... Nur diese kleine Jump-Einlage hier. Okay, Leute. Wie wird man hier vom Noob zum Bro? Wir fangen hier erstmal an und haben hier die Standard-Ausrüstung. Alles erstmal... Oh, das wollte ich gar nicht. Alles erstmal aus Leder und nur ein Holzschwert. Jetzt müssen wir uns hier durch die Slimes kämpfen. Kann ich die eigentlich runter? Oh Gott. Die machen schon gut Damage. Also durchlaufen... Alter, können wir nicht einfach so, glaube ich. Aber so kriegen wir die eigentlich ganz gut down. Jetzt noch... Oh Gott. Oh Gott. Ich will hier nicht sterben. Ich will hier nicht beim Ersten sterben. So Noobig bin ich auch wieder nicht. Du auch noch. Na komm. Okay, das klappt. Okay. Ja, das war nicht schlecht. Okay. Beginner. Beginner. Das ist schon mal ein bisschen bessere Rüstung. Oh, die hat aber schon gut Damage hier. Wir schmeißen die einfach mal hier weg. Oh, das wollte ich gar nicht. Komm. Alter. Warte mal. Wo habe ich gerade meine Hose reingepackt? Ich habe meine Hose weggeglitscht. Och nein. Okay, wir spielen ohne Hose, aber ich brauche keine Hose hier. Für so einen Zombie. Ich glaube, der hält auch mehr aus. Das ist nicht irgendein Zombie. Aber wir geben dem bisschen Critical Hits hier. Na, das klappt doch schon ganz gut. Das klappt doch schon ganz gut. Na komm her. Meine Hand ist nicht so lang. Sehr gut. Und weiter geht's. Okay. You up, bro. Oh, 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 Leute. Das höre ich öfter. Okay. Och Gott. Wir können uns hier komplett einkleiden. Warte mal. Dann schmeißt der Schwert auch nochmal weg. Und die Rüstung natürlich auch. Und zieht das... Die können wir gar nicht runterschmeißen. Die können wir gar nicht. Okay. Das ist eine unsichtbare Mauer. Dann ist das egal. Dann schmeißen wir es einfach hier so hin. So. Und weg mit dir. Okay. Wir haben OP-Goldäpfel und ganz normale. Wir essen natürlich mal die OP-Goldäpfel. Ich meine, wir haben ja sowieso genug davon. Vor allem den Stack. Ich meine, was ist hier los? So. Und jetzt klatschen wir mal hier die Zombies weg. Die haben ja überhaupt keine Chance hier. Gegen mich. Als Bro-Blair würde ich mal so sagen. Na, kommt. Ja, wir spielen hier auch eine 1-9. Ist das... Ich glaube, das Combat ist auch ein bisschen anders hier. Das Kämpfen. Oh Gott. Ja, guck mal. Die meinen wir kommen Damage hier. Ach, kein Problem. Easy durchgekommen. Tür wieder zu, natürlich. Okay. Was kommt jetzt? Steht auch gar nichts. Oh, verzaubert. Alter, das ist nice. Okay, okay. Da können wir komplett wieder alles auswechseln. Na, das ist cool. Besseres Schwert. Die nehmen wir uns hier vorne hin. Das nehmen wir uns hier hin. Die anderen könnten wir eigentlich auch wegschmeißen. Brauchen wir auch nicht mehr. Okay, jetzt sind wir komplett gut ausgerüstet. Und da... Oh Gott. Gegen Blaze müssen wir... Oh, wir können sogar hier lang. Oh, oh. Das war close. Ach, guck mal. Die halten hier ja nichts aus. Die halten hier ja nichts aus, Leute. Das ist ja kein Ding für mich. Zack. Easy. Was ist hier drin? Dank der Schnelligkeit. Da können wir noch schneller hinten hinrennen. Wow. Das war doch... Das war easy, Leute. Finish. Nice. Nur das war... Das war nicht schlecht. Das war es erstmal von dem Video. Lasst einen Daumen hoch, ein Abo. Da würde mich sehr, sehr freuen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.